Ja, ich bin Maike Prehn. Ich bin bei Conto New Media als Managerin E-Book tätig, und zwar seit einem guten Monat. Und was die Firma macht, ist im Grunde genommen erstmal in erster Linie Musik digitalisiert vertreiben. Wir machen Label Management, sind aber auch für Filme und Hörbücher zu haben. Das heißt, vertreiben die in alle gängigen Plattformen. Und da wir eine hundertprozentige Tochter des Edelverlages sind, war es natürlich extrem naheliegend, da dann auch eben in erster Sparte E-Book tätig zu werden, was wir seit gut anderthalb Jahren auch tun. Und das ist eben genau mein Ressort. Ich habe da die Gewalt, sage ich jetzt einfach mal, über 40 Verlage, mit denen wir bislang kooperieren, Tendenz steigend, die dann zu iTunes, zu Amazon, natürlich zu Thalia und so weiter und so fort weiter digital vertrieben werden. Wir machen die Abrechnung, wir machen das Datenmanagement. Wir haben eine sehr schöne Datenplattform dafür, die schon durch alle Höhen und Tiefen der Digitalisierung im Musikgeschäft gegangen ist. Das macht eben auch genau das Asset der Firma aus, dass genau diese Schwierigkeiten, die es im Musikbereich gab, schon gut bekannt sind, alles mitgemacht wurde und wir dadurch natürlich auch genau diese Erfahrung in den E-Book-Bereich mit einbringen können.